Hey Leute, euer Level 2 Magier ist back und in 18 Sekunden geht es los. Ja Leute, willkommen zurück zu MyGrab Minigames mit Walllords. Und ich spiele einfach wieder eine Runde, weil ich habe irgendwie ganz gefallen, dann habe ich ein Spielspiel gefunden. Und ja, irgendwann werde ich Lust auch verlieren, dann geht es weiter mit anderen Minigames. Aber jetzt gerade kommen wir halt ein paar Tage ineinander jetzt. Seid doch wenigstens froh, dass überhaupt ein Video kommt, ne? Aber das motzt eh niemand, weil niemand die Videos schenkt. So, ich bin ja blau, ne? Oh, das tut weh. Das sind schon die ersten Roten und wollen uns angreifen. Bäm. Lassen wir aber nicht zu, oder? Lassen wir nicht zu. Niemals zulassen. Niemals das zulassen. Bäm. Oh, nochmal. Bäm. Bäm. Okay. Wo will der lang? Yeah. Ein zweiter Kill schon. Zwei Kills gemacht. Ich bin einfach ein Stiesel, was es angeht. Oh, da ist einer. Was willst du denn jetzt hier? Ich denke, du kannst überleben. Wird her, wie viel Leben hat der? Muss ich Inferno aktivieren. Und dann das hier. Was ist denn hier los? Wie viel Leben hat der? Wie viel Leben hat der, frage ich mich. Okay. Noch mal Rote. Find uns mal den Time Warp. Und ich bin zurück. Und kann mich gleich um den nächsten hier kümmern. Um den Penner hier. Um den Penner hier. Schnabbi dir. Komm. Komm. Ah, er kommt nicht. Keine Chance hat er zu entkommen. Hä. Du Lutscher. Ah, da hat er uns in die Irre geführt, hä? Nee, das war nicht so gut. Bäm. Vorsicht. Das ist deine Falle. Das ist deine Falle. Was? Die haben schon unsere Flagge. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut gelaufen, ne? Das ist nicht so gut. Ey, warum stehen die auch AFK rum? What? Ich bin tot? Na, super. Wir haben jetzt schon einmal unsere Flagge. Das ist... Läuft gar nicht gut. Okay. Ah, ich sehe nichts. Wir haben halt noch nicht so viel gemacht jetzt, ne? Ah. Mhm. Was ist mit dem da? Was will der denn? Nö, nö, nö. Kommst du uns hier nicht rein, ne? Bing. Haben wir ihn gekillt oder was? Okay. Aber die kriegen die ganze Zeit unsere... Flagge. Da hatte ich gerade ein Brain Lag. Brain Lag. Bing. 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 Wow. Von da wird auch geschossen. Älter. Was ich vor Base Raid? Tim Wuhu. Nee, nicht Tim Wuhu. Absorb. Absorb. Wieder gemacht. Hab's immerhin, abgesorbt. Bing. Bing. Ja, also... Kann so oder so. Man kann so oder so sehen. Das sieht man nicht so gut. Ah, es geht. Ich mach einfach den her an. Und dann mach ich den her an. Und dann häng ich mich halt auf. Das ist einfach... Kämpfen, Leute. Kämpfen, Leute. Einmal reinrennen. Rein, rein, hallo. Und bin wieder zurück. Und dann immer schön schießen. Schießen, schießen, schießen. Immer draufhalten. Aber nicht zu tief reingehen. Immer draufhalten. Nicht zu tief reingehen. Hauptsache... Also, unsere Base wird verteidigt. Wenn wir sie alle ausgelöscht haben. Und so. Oh nein. Unsere Flagge wird schon wieder gecaptured. Müssen wir verteidigen, Leute. Geh jetzt mal rein. Was der auch immer noch mitmacht. Aber jedenjemand muss ja unsere Flagge verteidigen. Da. Mhm. Da ist schon niederjemand drin. Niemand kümmert sich um die Flagge, ne? Piss dich einfach. Piss dich einfach. Mann. Das sind zwei. Ja, super. So. Okay. Das war jetzt nicht so klug. Uh. Uh. Aha. Da fehlt einer. Bäm. Geht an. Wir kommen da raus. Einen. Einen von denen. Jungs. Nein. Fuck. Alter. Aber ich habe einen von denen erledigt, ne? Ne. Habe ich nicht. Weiße. Aber der hat nicht mehr viel Leben. Ich hole mir ja gleich wieder. Das war es schon. Fuck. Alter. Das war gar nicht gut. Das war gar nicht gut. Ganz und gar nicht gut war das. Das war eine schnellere 155. Die haben uns richtig abgezogen. Aber irgendwie. Ja. Ich will es nicht auf das Team stehen. Oh. Blaze Street completed. Yay. So. Ich habe eine Broken Weapon. Komm. Legendary. Äh. So big. Okay. Nichts davon. Ja. Was haben wir im Inventory? Da haben wir sowas. Wir haben bestimmt zum Beginststab zweimal. Das ist die Guften Defender. Hab ich zweimal. Cool. Kann ich hier irgendwie verkaufen oder so? Let's reroll. Pin select and salvage. Klick hier. Sales schweppen. Find den Wondern im Wondern. Auditour. Grafting Materials. Okay. Jetzt habe ich den guten Stab kaputt gemacht. Aber ich bleibe jetzt erstmal beim Stab. Dem Stab, den ich jetzt habe. Aquamanza. Verhalten wir auch mal. Aquamanza. Ryomanza. Alles irgendwie. Alles irgendwie komisch, ne? Verhalten mal den Stab da. Der gefällt mir am besten. Und alles kaputt machen. Was habe ich bekommen? Magic Dust. Was kann ich mit Magic Dust jetzt machen? Weapon Stats reroll. Cool. Ein Liste Interviews. Okay. Aha. Interessant. Kein Plan, was ich jetzt gemacht habe. Okay. Ja gut. Was kann ich hier noch machen? Das. 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 Nicht. Das nicht. Was will ich machen? 500. 5000 XP in Arcade Coins. Okay. Ich weiß nicht. Ne. Ich glaube ich habe nichts bekommen. Okay. Ähm. Ja. Das war jetzt mal. Eine kürzere Runde. Komm ich. Ich blende die Player mal wieder ein. Wie sie hier rumstehen. Mit dem Zeug. Und dann würde ich sagen. Sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Jetzt will ich nicht mehr. Ne. Spaß. Ich will jetzt noch ein Ründchen. Aber ich verspreche euch. Ich mache jetzt auch wieder was. Mal wieder was anderes. Tschüss mit euch. Ciao. Ciao.